Wir reagieren jetzt auf einem Outfit mit der längsten Hose der Welt. Also ich habe so eine Hose noch nie gesehen, Leute. Ich bin übelst gespannt, wie er da reinpassen will. Okay, das ist so eine Hose, die so stackt. Ich habe diese Hosen schon mal gesehen. Also die Marnie Slipper sind auf jeden Fall nice. Das T-Shirt auch. Also an sich ist die Hose nicht so schlecht. Ist nicht so von meinem Vibe. Jetzt kommen so Off-White Sneaker. Sieht auch ganz cool aus, speziell mit dem T-Shirt. Und man kann die Hose an der Seite so aufmachen. Auch nice. Okay, ich bin sehr gespannt, was er für Accessoires nehmen will. Und wie er das restliche Outfit aufbauen will. Also bis jetzt ist ganz okay. Jetzt, das wäre auf jeden Fall eine 6 von 10. Das Oberteil passt gar nicht. Also das finde ich ist too much, dieses Grün. Fischerhut feiere ich an sich. Aber finde ich, hier passt auch nicht so gut. Aber was kommt jetzt? Oha, Alter. Was ist das bitte für eine Tasche? Das ist so eine Kameltasche aus dem 18. Jahrhundert oder so. Also so ist es auf jeden Fall eine 4 von 10. Too much, Bro. Mit dem T-Shirt und den Schuhen und der Hose war es auf jeden Fall eine 4. Peace.